In der Woche ist es so, dass ein Dreier wichtig ist. Das ist ja unser Ziel, nach vier Spielen ohne Sieg. Mir ist vorhin gar nicht so in den Sinn gekommen, dass wir vier Spiele ohne Sieg sind. Es war interessant eigentlich, aber gut, wenn du nach drei Unentschieden einmal verloren hast, ist es immer schade nach einer Unentschieden-Serie. Es ist dann immer gut, wenn du eigentlich normalerweise gewinnst, dann hast du einen größeren Push daraus. Weil bei Unentschieden bewegst du dich natürlich nicht so in der Tabelle, das ist ganz klar. Aber ich glaube, normales Derby, normales Bundesligaspiel auch irgendwo. Und am Ende und vor allem vor dem Spiel weiß man nie, wer am Ende als Sieger rausgeht. Deswegen passt es eigentlich genau so richtig zur Bundesliga und diese Partie ist exemplarisch dafür.